Yo Leute, Part 13! Und wir gehen einfach weiter. Ne, 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 warte, warte. Das wusste ich mir noch kurz nochmal, ob ich dann nicht was nicht gelevelt habe. Ja. Du kannst nur bei Lightning Grad nichts leveln, weil du nicht keine Punkte dafür hast. Ja gut, das heißt, ich kann bei den anderen gucken. Oder ist das jetzt gemeinsam? Nein. Jeder hat seinen Händen. Ne, ich will den als Brecher haben, sorry. Angriff, Ruine, Ne, Angriffskraft. Wär mir wichtig. Gut, das hat er ja rein. Das ging schnell. Oh shit. Ja, das kann man. Ah gut, ich bin immer noch da. Und dann machen wir noch TP für Substance Geld. Ja, hier noch. Verschwende ich das grad für jeden oder nicht? Für Snow. Für Snow. Jeder hat sein eigenes Teil. Nein, ich meine die, die diese Punkte da, die es zu verteilen gibt. Nein, es geht für jeden sein eigenes Teil. Nein, das geht nicht mehr. Hä? Da hat doch noch... Was? 100... 170 gegeben. Ja, das reicht nicht. Ja. Wie viel brauchst du denn? Ist doch da. Warte, da war noch, da war... Ich glaub wir können... Was? Das ist Quatsch. Du kannst drauf. Okay. Ne, es sieht nicht danach aus, dass ich noch was machen kann. Ja, wenn alle leuchten, dann geht's nicht mehr. Ja, gut. Ähm, guck mir bei der Füße. Du hast mich grad noch falsch verstanden. Ja, was denn? Geh mal kurz zurück auf Snow. Ja. Wenn du... Ja. Und, äh... Stopp, jetzt geh mal zu, wo du vorher warst. Ja, Precher. Ja, wenn hier jetzt alle Kristallen leuchten, kannst du jetzt nach unten gehen. Geh nach unten. Aber der leuchtet auch. Ja. Und jetzt kannst du weiter hier ein Level. Ne, geht nicht. Hab ich schon ausprobiert. Ja. Okay. Ich hab's... Da steht ja, nimm den Kristall, äh... und drück in die jeweilige Richtung. Aber das geht nicht mehr. Deswegen denk ich, ist es schon... hm... Genug. Deswegen wollte ich auch bei ihr gucken. Und... Ne, aber du kannst bei dem dann die zweite Feldfertigkeit... außer Brecher, der hat ja drei Stück. Ja, aber ich dachte zuerst in eine Richtung. Und das ist auch meine Idee, weil ich will jetzt nicht alles extra machen. Das ist aber... Das ist aber nicht gut in dem Fall, weil, äh... Du wechselst ja die Paradigmen. Und die Paradigmen sind ja verschiedene, äh... Ich glaub, ne, ich... Ich denke nur, dass man nur ein Kristall machen kann. Ja, guck. Hier musste ich zum Beispiel direkt in... in... in der Mitte aufhören. Siehst du? Ja. Und wenn ich jetzt, ähm... Vita hab ich jetzt. Und jetzt, wenn ich jetzt in die andere Richtung gehe, oder von... 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 Ja, weil sie kann nicht genug Punkte haben. Ja, siehst du? Ne, aber er hat Punkte. Ne, warte mal. Du meinst, der Snow? Ja, der Snow hat noch Punkte. Ja, das... Ging aber trotzdem nicht. TP plus 30. Ja, da geht nichts mehr. Mit der Kleine. Ähm... Ähm... Was ist denn das? Augmentor. Was ist denn das? Augmentor. 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 Was ist denn das? Was ist denn das? Meinst du? Leider muss... Muss... Muss man da irgendwo nachdenken. Maximal TP-Angriffs kostet mal die... Ähm... Ne, dann... Nehm ich mal... Ja... He... Weiß ich nicht... Ich finde so... Weil ich habe zwei Ähm... Andriffstypies, die Tust ist eine Heilerin... Ja... Ah... Okay... Magie und so... Kann ich noch? Warte jetzt nicht... Du hast gesagt Snow hätte noch Punkte... Ja, hat er doch... 21. So... Jetzt gehen wir nochmal da drauf... So... Und jetzt... Zack, 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 Zack... Ja, da geht's ja nichts mehr, weil das voll ist... Aber ich denke, man kann nur eine... Richtung grad mal nehmen oder so... Klicke mal Punkte... Okay... Jetzt probier mal... Ja, doch... Ich hab nur so... Ah, jetzt habe ich's... Ja, stopp, dann könnte ich's bei den anderen genauso gut machen... Ja, aber die haben jetzt null Punkte alle... Außer dem... Wo steht... Meinst du diese KP? Okay... Ja, genau... KP sind die... Ja, gut... Ja, alles klar... Es ist quasi wie Schritte auf Spero... Ja, ja, ja... Das... Jetzt habe ich's ein bisschen besser kapiert... Müssen wir da hin oder frei hinzeigen? Nein... Doch... Okay... Ja, man muss halt das Ganze verstehen... Und... Traucht halt seine Zeit... Ich glaube, jetzt gibt's ne Abgabelung... Und da gibt's ein Speicherfall... Ich würd' sagen... Äh... Es ist nicht so einfach... Und ich will leveln... Und gucken wie diese... Genauer wie diese Fertigkeit... Das mal draufhauen... Das ist komisch die... Für die man immer gewechselt hat... Auf ein Feld gleichzeitig zu hören... Egal... Mach sie fertig... Ähm... 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 Ich glaub der hat grad was... Ja... Ich hab' nur angegriffen... Five Styles... Also läuft's doch... Ich glaub das hat auch was mit diesem... Brett zu tun... Aber... Da gucken wir später mal... Ich hab' jetzt kein Bock drauf... Siehst du war doch gut... Jetzt gibt's ihm dieses Ding bestimmt was cooles... Haha... Was ist... Cool... Ähm... Perlenklügel... Das ist ne Rautlack... Alles klar... Keine Ahnung... Warte... Man hat mein Info gerade... Ja... Gut... Ähm... Stop... Perlenwaffe... Waffe... Ja... Perlenklügel... Ja... Angriffskraft geht runter... Ne... Ja... Entscheide dich halt... Stop... Ich guck ob's jemand anders kriegen kann... Nein... Das ist ein Bogen... Das kannst du an diesem... Symbol erkennen... Da... Sieh... Das hat so'n... Eis am Stiel oder so... Ähm... Ach so... Und da... Ah ja... Jetzt... Jetzt... Kann ich nicht... Also... Sie hat diesen Perlenklügel bekommen... So wie's aussieht... Ist die Angriffskraft runter... Magie... Aber dafür übel zu... Ja... Und ich find's gar nicht so... Und jetzt... Du musst dich entscheiden... Wie du sie einsetzt... Also was für dich wichtig ist... Sie ist für mich die Magiere... Also ist Magie in dem Fall wichtiger... Ja... Also... Warum denkst du... Warum ich dann wohl das aufgetunet hab... Und grad mal nochmal speichern... Um nichts zu verkacken... Nein... Wir sind nicht... Beim... Cut... Ähm... Ja... Das irritiert voll... Wenn der weiteste Spielstand... Auch der neue Spielstand... Ding da ist... Weil ich dann überdenke... Ich kann gleich drauf drücken... Ja... Dann müsste man für einen neuen Spielstand... Buchen... Dann müsste man so eine... Graue... Graue... Irgendwas... Was... Was es gut kennzeichnet... Ja... Guck mal was da... Ah... Ja... Ja... Toll... Jetzt kann ich... Ja... Ich hab nicht gedacht... Jetzt bin ich... Dort erwischen... Oh... Drei Flügeldinger... Nee... Ja... Ich weiss... Ich setze die Fähigkeiten grad überhaupt nicht ein... Die ich total neu dazu bekommen hab... Aber... Ich... Äh... Ja... Mal sehen... Das coole ist... Soweit ich weiß... Weil ich ja grad die Heilerin drauf hab... Die auch Magie draufhaut... Bis ich gar nicht auf die Bühne... Ähm... Ne... Scheiße... Bis ich gar nicht drauf achten muss... Dass es meinen Charakter gut geht... Weil es sich von selbst redigt... Äh... Oder sie einfach... Ich weiß... Ich weiß... Ja... Ich weiß... Ich hab den Shop immer noch nicht besucht... Und ich weiß ehrlich gesagt nicht wann ich das mache... Was er jetzt weiß ich... Ich hab den... Ich hab den Sera... Ich hab den Sera... Schera... G Här... Das ist jetzt... Ist ja... Sie verfusen... Sollte unsere Fähigkeiten! Das bedeutet... Unsere ist save die Fähigkeiten! Sera's Fallseid war die gleiche wie Unsere. Unsere Fähigkeiten haben bestimmt die gleiche... Das ist einfach die gleiche... Oder wir sollen es sein Geheimdiener... um zu schützen Ragnarok Es macht Sinn! Was macht das? Du bist auf Stroh, Alter. Pulsefalsi sind Kokoon's enemies. Wir haben nur einen von ihnen gekriegt. Wenn ich ein Bettmann bin, dann würde ich uns auf der anderen Seite setzen. Also Sarah ist auch ein enemies? Ich habe das nicht gekriegt. Wir haben die Macht zu schützen Kokoon. Wir haben die Entspannung geholfen. Was ist das? Was die d헐en? Wir wollen euch eine Wiese aufspannieren? Wir wollen sie spielen? Wir wollen die Kampf um, wir wollen ihn? Wir wollen die Zwecke wetter? Nice gun. Ich sag doch, Titus hat's drauf. Ja, die weiß, wo sie hingeht. Noch mal was Neues. Wie viele Tutorials sind noch? Oh shit. Ah nein, das war da wieder schlimm. Im Kampfmenü... Scheiße, Mann. Im Kampfmenü mit Fähigkeiten ausgelöst. Die Auswahl erfolgen. Mhm. Am oberen Bildschirmrand werden eine Erklärung zu den Fähigkeiten. Gut. Ja, will ich doch. Ja, okay. Ja, chill jetzt. Lightning's ATB-Balken hat sich hier einen Abschnitt verlängert. Hey, das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Es dauert es zwar länger, bis der ATB-Balken ist vollständig. Und jetzt, jedoch, wir können bereits keine Teilweise gefunden haben, die wir bereits ausgeführt haben und so weiter. Das hast du mir schon erklärt. Wir haben alle Fähigkeiten ausgeführt, für die Jahre der ATB-Balken am Schipfer eingestellt. Ja und danke. Okay. Die Zahlen nehmen die Fähigkeiten, die im ATB-Balken anzusetzen. Ja, bei der Fähigkeiten ist es nicht so. Es sind so viele Texte, die machen es so kompliziert. Ja, natürlich, Fähigkeiten und die ATB-Balken aus. Ja, im Rundumschlag. Das stimmt, das wäre ja Rundumschlag. BAM! Man war das Krabbel. Five times! Yeah! Das kann doch richtig gewesen sein. Man war das Krabbel. Die Leute sind in Sci-Com. Ja? Sie sollten sich mit dem Krabbel. Ja, aber Sci-Com ist eine Antipulse-Task-Förse. Sie haben keine Kriege in den Zentren. Ein paar Rücken-Troofen, die sich übernommen, überprüftige Geräte. Also, von dem Sie sagen, Sie sagen, wie ein normaler Soldat. Sie hat mehr trainieren, als die Speciale Fähigkeiten. Nichts für uns, Lassie, zu Angst haben. Cut die Krabbel. Seine Grunt vielleicht sind die Krabbel. Sie sind die Krabbel. Sie sind die Krabbel. Sie sind die Krabbel. Sie sind die Krabbel. Oh-oh! Dann gehen wir weg! Jai! Jai! Hey, warte! Das ist ein Mann zu tun. Das ist eine perfekte Krabbel. Jawohl! Also dann! Bis dann! Ciao! Ciao!